Es ist früh in der Früh, und es ist halb Abzug heute. Ich möchte euch mal zeigen, was das für die Kühe bedeutet. Ich möchte euch zeigen, welcher Arbeit dahinter ist. Die erste Sache, was die Farmers machen, ist die Kühe waschen. Das ist nicht ein Auto-wasch, das ist ein Kühe-wasch. Einige von mir fragten mich, die inside dieser Farmershausen zu zeigen. Und schau mal, wie schön. Dies ist ein Kessel. Ein Käse-kessel, ein Cheese-Pot. Ein Cheese-Pot. Ja, es ist ein Cheese-Pot. Und ihr seht, sie machen jetzt den Cheese. Sie brennen den Cheese. Und nachher, was machen sie mit dem? Und hier in die Form. Und dann, sie brennen es hier. Ja, so läuft das. Es sieht schön aus. So, das ist, wie sie Alp-Cheese machen. So cool. Hm. Haben Sie schon mal den Alp-Cheese gesessen? Ja? Nein? Dann sind sie aber durch. Schau mal. Und diese sind die Flaschen. ready for the cows. Ganz viel. Dann sehen sie nachher aus. Geputzt und gestriegelt. Ja. Cool, hm? He always wanted to see the inside of these farmer houses. Und schau mal, wie schön. Leck, Bobby. So much cheese. Wow. Es ist aber nicht von einer Saison. Das ist alles von einer Alp-Season. Leck du mir, du. Wow. Wie viele Kilo? Um, um 3,5 Tonnen. Oh, 3,5 Tonnen. Käse. Und was macht ihr jetzt mit dem? What are you doing with this cheese? Ja. Ah, okay. They sell it then and then... Ja. Kannst du ihn essen? Hm. So. The cows are washed now. Sie sind am Fressen. They eat before the big Alpine descent. Ja, hauen drin, Kinder. Wieder Köuen. Aha, wieder Köuen. Entschuldigung. They are re-eating. Von innen, noch so bisschen Höuen können wir es noch überdinnen. Ja. Sonst tun sie eigentlich schon... Wir tun da oben nicht Höien. Ja. Sie tun sich eigentlich schon aus der Nähe vom Gras. Ja, so. So now, the big moment has come. The cheese ladies are doing their work. Okay, ich höre sie. Ich höre sie und schaue sie. Ich höre sie und schaue sie. Kannst du, wie du willst. Haha. You can explain, if you like to. Schau jetzt, was sie macht. Ich schaue sie, ob der Bruch ist. They check if der Bruch... I don't know the word in English. Hahaha. Is ready? Und ist er? Ready or not? Ready. Ready. Achtung, jetzt müssen wir schauen, was passiert. Das ist wirklich hard work, gell? This is really, really hard work. Wir müssen ja Oberärme haben, du. They need to have muscles. Was machst du jetzt? Schäuble wegnehmen, rauskommen wegnehmen. Okay. The clean, the clean a little bit. So spannend. So spannend. This is cheese of one day. Also vom melken in the morning and melken in the evening. Das gibt dann eine Flotte. Zwei. Zwei. Ja. Und dann gibt es zwei so... Käse. Two cheese. Two big cheese. Get's done. Ah, I saw this once in TV. Now I'm live. Super. Jetzt müssen wir mal schauen, was passiert. Schau jetzt. Wow. Sind wir schon ein bisschen unterwegs? Das ist besser als jedes Fitnessstudio. Huh? This is better than every fitness studio, du. Hei, hei, hei. And this is the next cheese. The next Alpine cheese. Super. So the next cheese is coming up. Look at this hard working woman, du. Hei, Drabane. Huh? We've hand and teeth. We've hand and teeth. Meister, du. Also ich bin sehr beeindruckt von euch, muss ich sagen. I'm very impressed. Entschuldigung, bin ich im Weg? Meistens so hoch ist mir kein Test. Hei, hei. Das ist wahnsinnig, he? Ja. Ah, dann brauchst du schon Mäus. Also weisst du, du brauchst schon Muskeln. Ja, ja, das muss ich sagen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wow, you need to love this job, I'm sure. Ja, ja, ja. So, this is how the cheese looks like after Ustrasse. They press the water out. It already looks like cheese. Sieht schon ein wenig aus wie Käse. Das ist super. And now the cheese stays like this for 24 hours. Gell, das habe ich richtig gesagt? Ja. 24 Stunden tut jetzt der da ein wenig vor sich ein Käse. Fressen. Fressen? Ja. Gut. Mit diesen Stein da oben. So wollte ich das dann auch sehen. So now a very important word is coming. Look it. Jetzt nimmt sie ... Jetzt hat sie den Stein und die drückt dann auf den Käse. Ha? They press now the cheese. Ja, so läuft das. Auf der Alp. Ha? This is how it works. So this is now the silence before the storm. They are all waiting to go down into the valley. Hey. Hey, sind sie schon gewunderig? Ha? Putzt und gestriegelt. You look good. Willst du ein wenig Grüezi sagen? Ja, weisst nicht so recht. Ja, traut kein Fremden. The first light is already on the peak. And all the cows are waiting for the big moment. Jetzt kommen da noch Blumen drauf. Now the farmers decorate the cows. And then it's time to go home. So these are the bells the cows wear while they descend. And I tell you something about these bells. So I'll tell you something about these bells. So I'll tell you something. It would be the same as we would wear something with about 500 grams. Ha? Comparing with the weight of a cow, it's not that heavy as it looks. Right? So don't worry about this. Ha extra gefroget. Ha? I asked. Because so many of you were worrying about the weight of the bells. So the cows are waiting for that decoration. Ja, was? Ha? They are telling a lot of stories today. Ha? They are so patient. Ha? Yeah? They are the charismatic duck. Ha? They make it good. Yeah. Ha? Ha? So now all the cows are waiting. und dann bekommen sie ihre Bellen und die Blöden und dann ist es Zeit zu gehen, nach der Valle. So, jetzt die erste Bellen ist auf der ersten Kau. Ich denke, sie ist verwendet. Die Krante ist schön. Ah, sie hat kein Problem damit. Good girl. So, before the Alpine descent, we have a little massage. Yeah, I'm responsible for the wellness. So, ist's. Musik So, jetzt sind sie bereit. Das ist so spannend, das Ganze zu begleiten, das Ganze, das war so interessant für mich, zu sehen, das von der Beginn, von der Morgen, und jetzt, ich kann sie sehen, sie sind runter. Das ist so spannend. Das ist so spannend. Das ist so spannend. So, ich hoffe, ich kann euch das Ende der Alpzeit ein bisschen näher bringen. Ich hoffe, dass ich dieses Alp-Life ein bisschen näher bringen kann. Es ist ein völlig anderes Welt. Aber es ist sehr schön. Aber es ist so schön. Aber es ist so schön. Aber es ist so schön. Ich liebe es. Und das ist eine sehr alte Swiss tradition. Und das ist so wichtig für mich. Das ist so wichtig für mich. Und das ist so wichtig. Und das ist so wichtig. Und das ist so wichtig. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018